einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich grüße euch zu einem neuen video wir wollen heute angezockt machen zu jetzt habe ich den namen vergessen hier beef battles tiger ist auch ganz aufgeregt das hatte ich ja im stream schon angekündigt dass wir das spielen wollen trainiere und hier ist nur mehr spieler kampf und das ist doch cool die grundlagen fangen wir mal an sieht so vom vom optischen jetzt mit diesem treppchen und so sieht ein bisschen aus wie mit bros oder die sind station all stars auf der ps3 Fortgeschrittene Sünden, springen, klettern, ok. Ah, ok, Dreieck. Achso, die Kaffee sind nicht zu drücken. Achso, sind hier Ranken? Ach, Mann. Falls es X zu drücken. Ah, scheiße. Fällig ist immer X zu drücken. Mist. Gibt es da eben die Schafpick doof? Ach, falsche Dreieck. Ja, die Kaffee sind nicht zu drücken. Ja, die Kaffee sind nicht zu drücken. Ich drücke doch. Ja, die Kaffee sind nicht zu drücken. Ja, die Kaffee sind nicht zu drücken. Ah, ok. Lektion 4. Nackter Hintern und Grundlagen. Ja, die Kaffee sind nicht zu drücken. Einspieler und Koop freischalten. Ah, ok. Koop hat es auch, ok. Also nicht nur ein gegeneinander, auch ein Trophäe. Unterhosensammler. Ne, ich mach mal Unterhosensammler. Level 1. Okay, also wir haben hier eine Zeit, die abläuft und wir müssen so viele Unterhosen sammeln wieder können. Oh, scheiße. Oh, man, schuld. Oh, ich war kurz vor Gold. Nochmal spielen. Kann ja nicht sein. , Alter." Ciao, Herr. Also Tiger ist auf jeden Fall begeistert von dem Schwein, weil der steht jetzt hier direkt am Bildschirm und guckt das Schwein an. Tiger, du kommst da nicht rein. Also ich habe jetzt gerade nur noch die Hälfte vom Bildschirm. Ah, falsch so. Tiger, ich sehe doch nichts. Da hinten. Ja, das war jetzt schlecht. Aber wir machen trotzdem mal weiter, oder? Ne, nochmal. Tiger, leg dich doch hin. Leg dich mal hin hier. Komm. Papa will schon ein bisschen was vom Bildschirm sehen. Na du. Ach. No, kein Problem. Alter. Na da vorne. Wann? Aha, ich habe jetzt nicht mehr zu wechsel. Jetzt nichts mehr zu wechsel. Na, dann geht's. Oh, wenn Sie sehen, ist es ja so. Da, wo ist ihr noch nicht mehr zu wechsel. Da kommt wenigstens Silber. Dann versuchen wir es halt nochmal. Wenigstens Silber will ich haben. Ich habe aber wenigstens Silber. Ein Level machen wir noch, dann testen wir noch das andere Modus. Oh. 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 Ach, Mensch. Das müssen wir nochmal machen, ich wusste nur nicht mehr, dass es R2 war, ich kann das besser. Das müssen wir nochmal machen, ich weiß nicht mehr. Das müssen wir noch machen. Boah, was? Können wir nicht immer das gleiche Level spielen? Also spielen wir jetzt... Scheiße. Ich hab aber wenigstens drüber geschafft, das ist schon mal was. Okay. 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 Alright. Okay. Okay. đượcung h kurz vor silber ins geht noch ins geht noch wir machen aber auch beide modi spaß also nicht so dass jetzt in modi nicht so schön ist oder so na Oh, shit. links durch 2 es geht noch ins mit sondermachen okay ich krieg dann stufe ich habe die fünf gemacht dann krieg stufe 2 sind die wenn ich stufe 2 beendet habe was ist dann kriege ich stufe drei oder wie lehrling ach so ja dann bin ich nicht mehr ein lehrling mich fortgeschritten profi meister bei dem anderen offen ja auch bei dem anderen hier wenigstens noch die fünf level zu ende oder sagen wir mal wieder mal was schlüppers ein was 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 war Na das geht doch. Langsam komme ich mit der Steuerung klar. Da oben, da oben, ok. Da sind doch Buchstaben jetzt mit dabei. Ach, Mensch. Und Goldsoja. Bonus. Was haben wir jetzt durch den Bonus? Hier sind jetzt aber nur ein paar Leinwilderinnen. Hier sind weniger. Hier sind wir bei Stufe 1. Hier gibt es gar keine Stufe 2. Ok. So, was haben wir jetzt durch den Bonus bekommen? Rügelkrank pro Rügel Endloskampf. Ok. So. Zurück. Belohnungen. Was haben wir denn da schön jetzt gekriegt? Wir haben doch was gekriegt. Ey, wir haben einen Bonus. Schließe Unterhosen Sammler auf. Schwierigkeitsgrad fortgeschritten ab. Meister. Schließe Punkt. Akt 1 ab. Akt 2. Endlos. Endlos. Ok. Also kriegen wir jetzt hier keine, aber wir haben noch einen Bonus. Karo. Also Karo ist noch nicht da. Ich nehme jetzt einfach mal einen zweiten. Ne. Na ja, dann nehmen wir den halt. Ich werde den kaputt hauen. Und parkiert einsammeln, das ist klar. Ich bin mal gespannt. Und Oh See the general boy out Oh da geht der kommt da geht der kommt Ok sind 5 Runden oder so. Mach den mal hier hoch. Zwischüsse brauchen wir nur, ok. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn man da auch noch was macht, dass man mehr abkann. Dann ist eh eine Runde auch länger im gleichen Level. Und man kann auch ein bisschen besser aufholen. Ich bin nicht sicher, dass man hier nicht mehr abkann. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht mehr so mache. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht mehr auf dem Raum gebe. Okay. So, eins noch und dann an Gott. Jetzt schießen wir einfach, da war das was los. Die haben einen Unterschied. Vielleicht schaffen wir ja mal mehr als die sieben. Weil die haben ja am Anfang, hier seht ihr ja so einen Schutz. Dass man nicht gleich am Anfang, wenn man gespawnt wird, wieder killen kann. Nein, schaffe ich nicht. Okay. Ah, jetzt ist auch alles andere freigeschalten. Coole Sache. Also an sich ein echt lustiges Spiel. Vielleicht hat der eine oder andere das ja auch von euch und dann kann man das vielleicht mal im Community-Zock-Arm zusammen spielen. Das wäre ja auch geil. Weil alleine ist schon cool. Vor allem mit den Schlippern hin und her rennen und mit dem kaputt machen. Aber das Gegeneinander ist alleine halt doof. Das müsste man wirklich zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Muste ich benießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre, ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin haut der Rhein Ahoi. Sagt euer Odin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.